Ich habe über fünf Jahre lang keinen Sport gemacht, weil mein Sohn damals geboren wurde und da fehlte einfach die Zeit. Und mit zunehmendem Alter merkt man schon, dass es schon so ein bisschen schlaffer wird alles und da kam Good Vibration gerade richtig. Ich bin vorher hauptsächlich gelaufen und habe dieses klassische Bauch-Beine-Po-Training gemacht. Ich bin jetzt seit vier Monaten bei Good Vibrations, bin sehr zufrieden, weil ich das Gefühl habe, das ist alles sehr straff geworden. Diese Kombination aus Power und Cardio gefällt mir sehr gut. Seit dem ersten Tag fühlte ich mich eigentlich sehr gut hier aufgehoben, Good Vibrations gibt einem das Gefühl, dass man eins zu eins betreut wird. Es fühlt sich fast an wie eine Familie, möchte ich mal sagen. Ich kann Good Vibration jedem empfehlen, der was an seiner Muskulatur machen will, der wie ich vorher Rückenprobleme hatte, die zum Glück durch Good Vibration sehr schnell weggegangen sind, der ein bisschen mehr Ausdauer haben möchte, dem empfehle ich Good Vibration. von der von von im so Vielen Dank.